Heute nehme ich den Roman Der Schülergerber von Friedrich Thorberg unter meine Leselupe. Das Buch ist 1973 mit seinen 290 Seiten im DTV-Verlag erschienen. Das erste Mal veröffentlicht wurde es aber schon im Jahr 1930 unter dem Originaltitel Der Schülergerber hat absolviert. Ich habe ja in letzter Zeit sehr viele Bücher aus neuerer Zeit, die sich auch mit der Zukunft beschäftigen, gelesen. Jetzt wollte ich gerne mal wieder zurückkehren in der Zeit und etwas Klassisches lesen. Da habe ich mich für den Schülergerber entschieden. Anfang des 20. Jahrhunderts steht der Schüler Kurt Gerber im letzten Schuljahr vor der Reifeprüfung, also der Matura oder Abitur. Und er hatte bisher noch nie so viele Probleme mit den Lehrern, weil er sehr gescheit ist. Aber er ist auch ein freiheitsliebender Mensch. Er will selbstständig denken und deshalb findet er diese Übermacht der Lehrer auch etwas erdrückend. Und diesem verzweifelten Wunsch vieler Schüler, ihren Erwartungen zu entsprechen, das ist für ihn eher demütigend. Bisher hat er aber kaum Probleme gehabt. Manche Lehrer, die schätzen ihn auch wegen seines freien Geistes. Aber in diesem letzten Jahr vor der Matura wird seiner Klasse als Klassenvorstand der meistgefürchtetste, autoritärste Lehrer der ganzen Schule zugeteilt. Der Arthur Kupfer. Der kennt den Kurt schon vom Hörensagen und er möchte genau ihn kleinkriegen. Dazu kommt noch eine unerfüllte Liebe und die schwere Last der Erwartungen seines Vaters auf seinen Schultern, die dieses letzte Schuljahr für den Kurt zum Albtraum werden lassen. Das Buch wird uns aus dritter Person erzählt. Ein Erzähler führt uns dadurch das Geschehen. Er begleitet die meiste Zeit den Kurt Gerber durch seine Erlebnisse, aber beschäftigt sich auch mit den sichtweisen, Gedanken und Gefühlen anderer wichtiger Personen, wie zum Beispiel der Lisa Bärwald, das ist die Flamme, die heimliche Liebe von Kurt, und dem Arthur Kupfer, das ist eben besagter Lehrer, mit dem er so große Probleme hat. Friedrich Thorberg hat das Werk im Jahre 1930 mit nur 22 Jahren veröffentlicht. Damals war eine Zeit, in der die Schüler viel, viel weniger Rechte hatten als heute, wo sie der autoritären Willkür von gewissen Lehrern eben sehr hilflos ausgesetzt waren. Er selbst hatte seine eigene, wenig lustige, sehr schwierige Schulzeit gerade hinter sich gebracht, als er das Werk geschrieben hat und hat da ganz viele eigene, persönliche Erfahrungen darin verarbeitet. Genau deswegen wirkt das Verhalten der Schüler, der Lehrer und auch der Eltern so unglaublich authentisch. Thorberg hat das Buch eigentlich mit der Absicht geschrieben, etwas zu verändern. Er wollte da die Leute mit der Nase auf Tatsachen stoßen. Er wollte eine Reform des Schulwesens bewirken und gegen diese Subjektivität in der Notengebung ankommen, die den Schülern jeden Tag dort zu schaffen macht. Leider ist ihm das nicht gelungen, denn obwohl er da versucht hat, mit starker Schwarz-Weiß-Polarisierung in dem Buch zu arbeiten, hat es damals nicht diesen Effekt gehabt, den er sich gewünscht hat. Vielleicht liegt es auch daran, dass das Buch schon kurze Zeit nach seinem Erscheinen von den Nationalsozialisten auf die Liste der verbotenen Schriften gesetzt wurde. Thorberg konnte selbst der Verfolgung entkommen und ist dann 1951 wieder in den deutschen Sprachraum zurückgekehrt. Und schon in diesem ersten Buch, in dem Schüler Gerber, da hat ihn diese Fragestellung nicht mehr losgelassen, die ihn dann auch sein ganzes Leben lang beschäftigt hat. Er fragt sich da, wie kann es der Einzelne, das Individuum schaffen, moralisch zu leben, seinen inneren Werten zu gehorchen, wenn sich die alle rundherum, die ganze Außenwelt, also gegen die Moral entschieden hat, wenn die Leute, die um ihn sind, aus Angst jetzt oder aus anderen Beweggründen eben dem Diktat einfach gehorchen, das herrscht. Wie kann es da das Individuum schaffen, dennoch sich selbst treu zu bleiben? Es geht dem Friedrich Thorberg dabei sehr stark um die Auflehnung gegen totalitäre, diktatorische Systeme, gegen Macht, die von außen einwirkt. Diese Macht ist in Kurt Gerbers Fall in den Händen des Lehrkörpers. Es gibt da zwar an seinem Gymnasium schon einige Lehrer, die sind da liberal erdenkend, die finden Kurzansichten auch interessant und gut, aber diejenigen, die unbedingt den Gehorsam fordern und die sich an ihrer Macht, den Schülern gegenüber auch ergötzen, die sind immer noch in der Überzahl. In extremer Ausformung begegnen wir einen derartigen Lehrer in der Person Arthur Kupfers. Er wird von seinen Schülern wegen seiner Selbstherrlichkeit sehr treffend Gott Kupfer genannt, weil er von den Schülern erwartet, vergöttert zu werden. Jetzt nicht im positiven Sinne, sondern eben so wie seine Gewalt, die ist Gott gegeben und alle müssen ihm gehorchen. Den ersten Schultag erleben wir Leser dann zunächst aus Kurzsicht, aber dann führt uns Friedrich Thorberg hinab in die Abgründe von Kupfers, Gedanken und Gefühlswelt. Da entpuppt sich dieser als Mensch, der in seinem persönlichen Leben versagt hat, der sich jetzt rein dadurch definiert, dass er ein Lehrer ist, denn als Lehrer, da wird er auch angesehen, da wird er akzeptiert. Er bildet sich auch rein, ein sehr erfolgreicher Lehrer zu sein. Für ihn ist jetzt Erfolg, aber nicht, dass er seinen Schülern relativ viel beibringen kann, sondern Erfolg bedeutet für ihn, dass er seine Schüler beherrscht, ohne Wenn und Aber. Das ist für ihn wichtig und dabei genießt er es noch nicht einmal so sehr, die fachlich schlechten Schüler durch seine sadistischen Methoden zum Scheitern zu bringen. Das ist für ihn nicht wirklich eine Herausforderung. Er sucht sich die Gusto-Stückeln heraus, er nimmt sich die Schüler vor, die ein Problem mit Gehorsam haben, die so ein bisschen aufmüpfig sind. Die will er sich vorknöpfen und kleinkriegen. Also er möchte ihnen zeigen, ich bin mächtiger, ich bin stärker und du wirst dich mir unterwerfen oder du wirst scheitern. Er möchte also unbedingt die absolute Akzeptanz seiner Autorität. Und wenn es die nicht gibt, tja, dann gnade dir Gott. Dadurch entwickelt sich unter den Schülern eine sehr eigene Gruppendynamik. Mangelnde Courage, Heucheleien und Verrat, die treten an die Tagesordnung. Und jeder ist nur noch sich selbst der Nächste. Er ist schon froh, wenn es den Mitschüler getroffen hat, neben ihm und nicht ihn selbst. Das ist sehr traurig und der Kurt, der erkennt diese Mechanismen, die der Kupfer da benutzt sofort und kann das nicht ertragen. Seine moralischen Vorstellungen, die verbieten ihm, das einfach so zu akzeptieren. Aber genau dadurch wird er zur perfekten Zielscheibe für Kupfer. Jetzt, ganz am Anfang des Buches, wird uns Lesern schon dieses Dilemma von Kurt bewusst. Er soll die Matura schaffen. Er möchte das auch tun, damit sein Vater sich nicht aufregt und einen Herzinfarkt kriegt, denn der ist herzkrank. Aber er ist auch gleichzeitig eben nicht dazu bereit, vor dem Kupfer zu buckeln, sich zu unterwerfen und seine Selbstachtung zur Gänze aufzugeben, nur um die Matura zu schaffen. Dabei ist das noch nicht einmal kurzgrößtes Problem, denn das Dramatischste im Leben eines Teenagers, das ist durch immer noch die Liebe. Schon seit einem Jahr liebt der Kurt Gerber die ausgetretene Schülerin Lisa Bärwald. Er bemüht sich da ganz sorgfältig, seine Gefühle für sie nie als verliebt sein zu bezeichnen, sondern immer nur als Liebe. Aber dabei kennt er sie eigentlich gar nicht. Was er liebt, ist mehr so dieses ideale Bild, das er sich da von ihr angefertigt hat. Sie entspricht diesem Bild leider so ganz und gar nicht, aber Kurt verdrängt das. Er möchte es auch verdrängen. Er behält dieses Bild bei und sein Verlangen nach ihr, sein Versuch, ihr näher zu kommen, der wird immer drängender und intensiver. Aber die Lisa, die weiß sich mit dieser Zuneigung, mit dieser romantischen Liebe, die er der Kurt da entgegenbringen möchte, also so überhaupt nichts anzufangen. Bei einem kurzen Exkurs in Lisas Erlebnis und Gefühlswelt wird uns dann als Leser auch schnell klar, dass die Lisa so ein ganz, ganz anderer Mensch als der Kurt ist. Sie ist nicht im Ansatz idealistisch veranlagt. Ganz im Gegenteil, Thorberg beschreibt sie als praktisch veranlagten Menschen, der nichts Unnützes tut. Was Unnützes wäre für die Lisa jetzt zum Beispiel etwas, das rein dem Intellekt fördert oder eben einfach nur etwas Schönes. Das ist für sie alles nicht so von Bedeutung. Sie versucht ganz einfach nur so in den Tag hineinzuleben und sich mit möglichst wenig Aufwand ein schönes Leben zu gestalten. An die Zukunft denkt sie nicht, sie ist auch nicht berechnend. Und die Gefühle, die der Kurt ihr da entgegenbringt, die kommen ihr schon sehr besonders vor. Sie versteht schon, dass das anders ist als all das, was sie bisher so mit Männern erlebt hat. Aber sie versteht den Kurt auch nicht. Sie kann sich nicht vorstellen, wozu das gut sein soll, was das alles bringt. Und es macht sie sogar Angst. Sie fühlt sich da in die Enge getrieben und hält den Kurt eben auf Distanz, was den schön langsam verzweifeln lässt. Denn der Kurt, der ist ja schon in einer Lebenskrise, schon allein wegen der Schule, wegen der Matura. Das kommt ihm alles so falsch vor. Er versucht halt, dieses Schuljahr noch irgendwie zu schaffen. Aber obwohl er es sich nicht eingestehen möchte, zermürmen ihn diese gemeinen Quälereien des Gott Kupfers langsam, aber doch. Es war dann für mich als Leser teilweise auch wirklich unangenehm und schrecklich zu erleben, wie selbstzerstörerisch der Kurt in manchen Situationen einfach agiert, nur damit er sich selbst noch in den Spiegel schauen kann, damit er sagt, das bin ich noch, ich bin noch da, ich habe noch ein Funken Selbstachtung in mir, ich habe mich noch nicht ganz aufgegeben, nur um diese Matura zu schaffen. Das ist teilweise wirklich schwierig und dramatisch für ihn. Und bis zum Beschluss des Schuljahres kommt er dann auch schon so zu dieser Einsicht, dass ihn auch nach der Schule nichts Besseres erwarten wird, dass auch dort nur Ungerechtigkeiten und Fremdbestimmung auf ihn warten. Ja, sein Bild vom Leben, es wird immer enger, immer kleiner und immer düsterer. Der Kurt klammert sich an dieses einzig Gute in seinem Leben wie an einen Strohhalm. Diese Liebe zu Elisa, dieses Reine und Wahre, das hält ihn noch so emotional über Wasser. Aber er muss sich dann irgendwann doch eingestehen, dass die Elisa leider gar nicht so ist, wie er sich das vorgestellt hat. Und dass in Wirklichkeit seine Liebe nicht der Person, der Elisa gilt, sondern dass er ganz einfach dieses Gefühl, diese Zuneigung, die er für Elisa spürt, dass es genau diese Zuneigung ist, die er liebt. Und die ihm da noch das Gefühl gibt, das Leben hat einen Sinn, einen Wert. Ja, der Kurt hat es also wirklich nicht leicht. Aber wir erleben ihn trotzdem am Anfang schon auch noch als Menschen, der jung ist, der voller Hoffnung und Wünsche steckt, der eben Träume und Idealismus in sich hat, der aber auch gleichzeitig nicht dazu in der Lage ist oder es auch nicht möchte, Kompromisse einzugehen, also so ein bisschen Wahrheit oder ein Fünkchen Gerechtigkeit oder eine Spur Liebe, das hat für den Kurt so überhaupt keinen Wert. Also das ist für ihn völlig sinnlos und nicht erstrebenswert. Auch sein Sinn für Gerechtigkeit ist sehr intensiv ausgeprägt. Er würde sich am liebsten gegen alle Missstände auflehnen, alle Ungerechtigkeiten beseitigen. Und am härtesten geht er dabei immer mit sich selbst vor Gericht. Also wenn er selbst einmal zu feige war, um einem Schüler in Bedrängnis da zur Seite zu stehen oder wenn er ganz schlimm dann sogar noch aus der Not eines anderen profitiert hat, das ist für ihn unerträglich, das kann er sich wirklich fast nicht verzeihen. Durch diese sehr eigene, besondersartige Gesinnung stößt er aber in der Schule und bei seinen Mitschülern großteils auf taube Ohren. Also die denken da alle eher nicht so wie er, die sind da mehr auf sich selbst, auf ihr eigenes Vorankommen konzentriert und können sich da in den Kurt nicht so gut hineinversetzen. Wir Leser, wir können das schon, also mir ist es sehr leicht gefallen, mich da mit dem Kurt zu identifizieren und nachzuempfinden, wie wichtig es für ihn ist, Ehrlichkeit, Selbstverwirklichung, Gerechtigkeit und allen voran auch Liebe in seinem Leben zu erfahren und zu spüren. Aber umso schlimmer, umso stärker trifft es einem dann, wenn offensichtlich wird, dass der Kurt an der Härte und der Kälte seiner Umgebung zerbrechen könnte. Das Buch liest sich flüssig und leicht, trotz dieser alten Sprache aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Aber der Friedrich Thorberg erweckt die Szenen so gut zum Leben. Er schreibt tolle Dialoge, die ganz echt und aus dem Leben gegriffen wirken und führt uns auch dadurch, dass er immer sehr intensiv auf die Gefühle und Eindrücke der einzelnen Personen eingeht, so gut in diese Zeit zurück, in der dieses Werk entstanden ist. Mit manchen alten Ausdrücken hatte ich dann schon meine Schwierigkeiten, aber ich finde, es ergibt sich dann doch irgendwie aus dem Zusammenhang immer auch der Sinn und es bleibt alles gut verständlich, auch heutzutage. Die Geschichte von Kurt Gerber ist unglaublich mitreißend erzählt. Es ist fast so, als würde man im Kopf oder im Herzen von dem Kurt sitzen und eben alles live miterleben, was er auch erlebt. Das Buch wurde 1981 auch verfilmt und es gibt auch zahlreiche Theaterstücke dazu. Ich rate euch aber trotzdem, euch mit dem schriftlichen Werk auseinanderzusetzen. In diesem Buch geht es nämlich um verwirrende Liebesgefühle, um den verzweifelten Wunsch moralisch zu leben und um das Erleben von Unterdrückung aus allen Perspektiven der daran Beteiligten. Ihr werdet das durch kein anderes Medium so tiefgreifend verstehen können, wie durch diese 290 Seiten Papier. Mein Fazit zum Schüler Gerber, also der Friedrich Thorberg hat es wirklich eindrucksvoll geschafft, uns zu zeigen, wie sehr die Menschen, sei es jetzt aus Angst oder eben um weiterzukommen im Leben, bereit sind, sich zu verbiegen und sich anzupassen und ihre Moral über Bord zu werfen und sich sogar einer Tyrannei zu unterwerfen. Der Schüler Gerber sollte wirklich öfter gelesen werden, um sich der Engstirnigkeit und auch der Kaltherzigkeit in unserer Gesellschaft bewusst zu bleiben und, wenn es mal sein muss, auch dagegen zu steuern. Ich bin froh und es gibt mir ein sehr gutes Gefühl, dass dieses Werk auch heute noch zur Standardlektüre in deutschsprachigen Schulen gehört. Falls ihr das Buch schon kennt oder euch dafür interessiert, dann schreibt gerne eure Meinung oder eure Anregungen in die Kommentare und wenn euch mein Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch und abonniert die Leselupe.